Ich mein, sieben lange Jahre an der Uni. Und was weiß ich noch alles. Und ich hab immer noch keine Ahnung, wie du es geschafft hast, hier in diesem Stuhl zu sitzen. Also benimm dich besser. Darf ich fragen, wer sie sind? Ich? Ich bin der Boss. Mir gehört dieser Laden hier. Mir gehört auch alles andere. Und weißt du was, Doc? Du. Du gehörst mir auch. Und jetzt? Jetzt bist du gefeuert! Hä? Eine Zigarette. Hier, für Sie. Ich rauche nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020